Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test ist die Heartbeat Batterie von Xplode. Sie hat 20 Schuss, 30 Millimeter Kaliber und ist ein echt fetter Klopper. Sieht aber auch nur so aus, weil viel Luft drin ist. Bekommen habe ich sie für 11,11 Euro. NEM sind drin fast 350 Gramm und 11,11 Euro habe ich bezahlt und zwar bei der Feuerwerksvitrine im Sommerangebot und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und schauen uns diese Heartbeat an, was sie kann. Und ob sie ihre 11,11 Euro wert ist. Aber ich denke mal schon, für den Riesenklopper. Also bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, willkommen jetzt zur Heartbeat von Xplode. Preislich hat man schon gesagt, knappe 11 Euro. So Freunde, für 11 Euro könnt ihr da nichts verkehrt machen. Und es rieselt. So Freunde, willkommen jetzt. So Freunde, wir haben die unbelievable lapse. So Freunde, wir können noch mal schauen dann.